Grundsätzlich hat es Spaß gemacht, war eine ordentliche Runde, jetzt nichts gröberes drin. Klar, Kleinigkeiten gehen immer da ein bisschen besser, dort könnt ihr ein bisschen mehr ziehen, da könnt ihr sich ein bisschen mehr tragen, aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir das alles ganz gut hingekriegt. Von der Wertung her, nicht ganz die 70 Prozent. Hätte ich natürlich gern gehabt. Hätte ich gern gehabt, ja. Weil ich denke, das Erste halten und das Halten zum Schluss nicht ganz ideal, sind so Kleinigkeiten, dann hätte es wahrscheinlich auch gereicht. Es ist realistisch, wenn man sagt, wenn es die Runde seines Jahres gewesen wäre, hätte man es schaffen können, aber so war eine schöne Runde, muss man im Großen und Ganzen mal zufrieden sein, sonst wäre es so oder so schwer geworden.